Meine bessere Masse. Weiß ich nicht. Auf Knopfdruck ist es echt ein bisschen schwierig. Geht ein Kekse mit eine Ecke und ist weg? Ja, das ist kein Witz, das ist einfach nur bescheuert. Äh, oh Gott, ich kenne auch echt nur obszöne Witze. Fällt mir gerade ein, ich kenne ja nicht mal süße Witze. Oh Gott, nee, das kann ich ja nicht machen. Wo landet denn das Video am Ende? Genau, eine Frau war schwanger, ja, nee, schneiden, schneiden. Eine arabische Frau kriegt Zwillinge. So, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass die dann mit der Polizei praktisch, die haben die dann aufgegabelt, sie ist dann mit der, nein, nein, warum ist sie in die Polizeiwahn gelandet? Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall kam die Polizei dann, ja, weil irgendwie hat sie ja die ganze Zeit geschrien, die Polizei kamen und dann haben die halt die Entbindung gemacht. Daraufhin, äh, kam der erste Zwilling und meinte dann, ey, nee, scheiße, wir können nicht vorne raus, so ein bisschen hinteraus reinnehmen, vorne stehen die Bullen oder so. Ich würde mich freuen, wenn es bitte in der Empfangseite des Hotels hängen würde. Was? Ich mag meinen Mund. Prison Break, weil ich die Handlung einfach voll spannend fand. Also war einfach so, weiß nicht, diese ganze Knastgeschichte, wie die da ausgebrochen sind und der war ja Statiker und allein wie er den Ausbruch geplant hat. Unabhängig davon war ich unglaublich in den Schauspieler verliebt damals. Nein, aber das war meine absolute Lieblingsserie. Die habe ich echt geliebt. Ach, toll. Und, und, ähm, Two and a Half Men ist auch cool. Aber nur die alten Folgen. Die mit Charlie Chan, die sind gut. Okay. Okay. Es gibt so einige Dinge, die ich gerne ändern wollen würde. Angefangen vom Gesundheitssystem bis hin zu den Mieten, bis hin zu, äh, weiß ich nicht, zu Einrichtungen, ja. Ich finde einfach, dass es auch viel, viel mehr Einrichtungen geben müsste für bedürftige Menschen, für Obdachlose, für weise Kinder, für Flüchtlinge auch, ja. Es muss einfach, finde ich, viel mehr gegeben sein. Und derzeit ist die politische Lage ja echt ein bisschen schwierig. Und gerade dadurch, dass ich halt in Berlin lebe, ähm, habe ich das halt alles echt vor der Tür so direkt, ne. Es ist echt ein Albtraum, also es tut mir halt echt leid, ne. Weil jetzt geht's langsam ein bisschen, aber ich kann mich da an Tage erinnern, da kamen Busse vorgefahren und die Leute haben da echt Tage und Wochen lang auf der Straße geschlafen. Und das fand ich so traurig, weil ich mir dachte, es kann ja nicht sein, ne. Ich meine, ich bin total dafür, dass Menschen geholfen wird, gar keine Frage, ne. Aber es kann nicht sein, dass immer mehr anreicht und am Ende aber die alle auf der Straße sitzen, ne. Und dass dann einfach keine Einrichtungen mehr gegeben sind, die Unterkünfte nicht durchgeplant sind, die Organisation vorne und hinten nicht läuft. Ja, das, bis dorthin, also das würde ich schon gerne ändern wollen. Mhm. Puh, das ist ja eine Frage jetzt, ja. Alles klar. Ciao ist gut. Haha. Ich sag zu allen, ciao. Fernsehgucken. Gassi gehen. Am Internet surfen. Das sind alles Sachen, die wahrscheinlich jeder macht. Ich muss es jetzt einfach nur aussprechen. Ich brauche jetzt auch nicht lügen und sagen, Mensch, ja, ich gehe da ins Fettelstudio. Oder ich gehe da weiß ich wohin. Oder in eine Bücherei. Nein. Ich surfe im Internet. Ich hänge an meinem Handy dran und ich gehe Gassen und gucke Fernsehen. Und ich treffe mich mit meinen Freunden halt, ne. Ich gehe auch voll gerne essen. Aber ich koche nicht gerne. Ich bin Lisa. Ich bin hier mit Berlin 2016. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ich einen Daumen hoch von euch kriegen würde. Ich möchte gerne die Krone nach Berlin holen. Ciao. Ciao.